Shalom! Heute werden wir diskutieren die Mitzwa von Tzedakah. Wird als Spenden bekannt, heißt aber Gerechtigkeit. Der Talmud in Jerusalem nennt die Mitzwa von Tzedakah die Geburt von Gerechtigkeit einfach der Mitzwa. Weil der Mitzwa von Spenden von Gerechtigkeit ist wie alle anderen Mitzwa zusammen. Jede Mitzwa, jede Geburt ist mit einem bestimmten Körperteil. Zwilling mit der Hand, Torleinen mit dem Kopf, etc. Aber die Mitzwa von jemandem helfen ist mit unserem ganzen Körper, alles zusammen. Jetzt normalerweise, Gott sagt nie, mach mir einen Test. Es gibt aber eine Ausnahme bei Gerechtigkeit. Obechanun in Abesot, sagt der lieber Gott, test mir. Mach mir einen Test. Helfe jemandem. Spende Gerechtigkeit. Und du wirst sehen, du wirst nichts davon verlieren. Im Gegenteil, du wirst nur verdienen. Wie genau macht man Tzedakah? Am liebsten jeden Tag. Insbesondere vor dem Morgengebet und Nachmittagebet. Das ist eine ganz besondere Zeit, Tzedakah zu machen. Rabbi Huna, sagt der Talmud, Rabbi Huna hat erst was gespendet und dann gebetet. Weil beim Gebet, wir betten Gott für etwas. Du willst Gott, soll dir etwas geben. Tu was für ihn. Wenn du spendest jemandem anders, wenn du hilfst jemandem, du hilfst sich auch selber. Wenn du hilfst jemandem anders, Gott hilft dir. Deswegen bei Tzedakah, Quantität ist manchmal sogar wichtiger als die Qualität. Das heißt, es ist wichtig auch jeden Tag zu geben. Die Hand soll beschäftigt sein mit dem Tatergeben. Physisch, Münzen oder am Computer, digital. Die Mitzvah tatsächlich ist die Regelmäßigkeit, außer der Summen. Tzedakah hat aber bestimmte Zeiten, was es ganz besonders bedeutet. Frauen, vor dem, was sie Kerzen zünden, am Schabbat. Männer, vor dem, was sie betten. Frauen, auch vor dem, was sie betten. Wenn wir zu Tzedakah geben, wenn wir Gerechtigkeit führen, wir machen die Welt zu einem besseren Ort. Deswegen, liebe Freunde, die Worte Dakar auf Hebräisch heißt nicht spenden, heißt Gerechtigkeit. Weil wenn wir anderen teilen, dann sagt der lieber Gott, es ist mein Geld. Ich gebe es dir zu verwalten. Wenn du eine gute Arbeit machst, mit dem Geldverwalten, dann darfst du 90% für sich halten. Dann kannst du 90% für sich halten, wenn du die 10% weitergibst. Gerade heute, wo die Welt so unter einer schwierigen Situation steht, ist es umso wichtiger, dass jeden Tag jeder von uns Tzedakah gibt. Das beginnt mit einer ganz kleinen, einfachen Tat. Für uns, für unsere Familien, für unsere Kinder. Wir nehmen eine Münze und legen das rein. Und der Talman sagt uns, dass die Klingen von den Spendenbuchsen treibt weg die negativen Kräfte. Lass uns hoffen, dass durch die Tzedakah, was wir geben, dass wir endlich die negativen Energie, die momentan in der Welt ist, durch das Coronavirus wegtreiben werden. Und die Welt wird lebendig und freilich und positiv klingen für alle Menschen.